Für so ne kleine, miese, Type. Für so ne kleine Backpfeife, für was auch immer. Yeah, we're gonna to dance, we wait for niggas in Vienna. Hat die da auch so große Brüste in dem Spiel? Gar nicht bemerkt, angeschlichen, was soll das denn? Und sei froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Könnte passieren. Wie jung bist du, wenn ich mal fragen darf? Ich bin 16 geworden. So, das mit dem Penis vergessen wir mal ganz schnell. Verstehst du mich? Ja. Natürlich. Natürlich. Ich frag einfach mal. Wo kommst du denn her? Aus Deutschland. Ja, das ist ja klar. Das hab ich ja direkt gesehen. Und zwar aus dem asiatischen Teil Deutschlands. Ach so, meine Mutter kommt aus Südkorea. Ja, fantastisch. Auch sehr gut. Haben wir im Tischtennis leider verloren. Nee, wir haben gewonnen im Tischtennis gegen euch. Dich hab ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß nicht ganz genau. Ich glaub, es war Hürden 400 Meter oder 200 Meter Staffel. Oh ja. Oh, das ist auch mein süßes Gesicht. Ja, zeig mir dein Lächeln. Oh, ja. Vor allem nicht beim Brei. Ich möchte gerne, dass der Vorher jetzt das Gelände verletzt. Nee. Und möchte gerne sehen. Dann soll die Polizei mich gerne mal abführen. Du fängst hier nicht an mit... Du fängst hier nicht an mit Polizeigriff und allem drumherum. Fang hier nicht mit Polizeigriff an. Machen wir doch gerade gar nicht. Doch, er hält mich hier fest. Lass mich los. Lass mich los. Lassen Sie das los bitte? Lass mich los. Lass du da lang? Jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafel machen. Entschuldigen wir uns beide? Ja gar kein Problem. Wofür soll ich mich entschuldigen? Sag ganz kurz, wofür ich mich entschuldigen soll? Jetzt willst du hier als Dorfpolizei auf einmal nochmal einen Schafel machen. Ich bin ein kleiner, miese Type. Und auch diese ganzen Subkulturen. Wir müssen sicherlich auch mal über die Herkunft von Deutschrap in der Art und Weise drehen. Weil die meisten Texte sind einfach nur widerlich, menschenverachtend. aus dem asiatischen Teil Deutschlands. Frauen verachten. Seid froh, dass ich dir nicht mal den Penis durchs Gesicht gezogen habe. Da ist irgendwie einfach nichts dahinter. Da ist irgendwie einfach nichts dahinter. Ein kleiner, miese Typ. Und von meiner Seite geht es da auch eine dementsprechende Strafe dazu, wo es vielleicht an Orte geht, wo nicht nur die Augen geküsst werden, sondern auch ganz andere Stellen des Körpers.